Die westliche Wissenschaft fängt gerade erst an, sich mit der Frage nach der Natur und dem Ursprung des Bewusstseins zu beschäftigen, obwohl sich die westliche Philosophie schon seit Jahrhunderten mit diesem Thema auseinandersetzt. Jüngere wissenschaftliche Untersuchungen zu Nahtod- und außerkörperlichen Erfahrungen sowie zum Phänomen des Hellsehens lassen uns einen Blick in andere Dimensionen des Bewusstseins tun. Was aber fangen wir mit diesem Wissen an? Die buddhistische Psychologie setzt sich direkt mit diesen Fragen auseinander. Sie macht erlebbar, wie das Bewusstsein unabhängig von jedem Objekt oder Inhalt funktioniert. Zunächst einmal beschreibt sie das Bewusstsein als das, was weiß, was also die Erfahrungen macht. Um dies zu verstehen, müssen wir unserer Aufmerksamkeit unserem Bewusstsein zuwenden. Wir beginnen mit einem einfachen Blick in den Spiegel. Wenn wir das tun, erschrecken wir häufig. Unser Körper altert, obwohl wir uns kein bisschen älter fühlen. Das liegt daran, dass der Körper in der Zeit existiert. Das Bewusstsein jedoch außerhalb der Zeit wahrnimmt und selbst keinem Alterungsprozess unterworfen ist. Wir spüren das intuitiv. Statt nun den Spiegel zu zerschlagen und uns mitten in den Scherbenhaufen zu setzen, treten wir einen Schritt zurück und betrachten unsere Erfahrung mit einer Art zeitlosem Verständnis. Gewöhnlich nehmen wir unser Bewusstsein für etwas Selbstverständliches. Wir nehmen es einfach nicht zur Kenntnis, wie der Fisch das Wasser nicht zur Kenntnis nimmt, indem er schwimmt. Daher konzentrieren wir uns pausenlos auf die Inhalte unserer Erfahrung, was in unserem Körper geschieht, auf unsere Gefühle und Gedanken. Dann ist es aber so, dass das Bewusstsein jedes Mal, wenn wir uns bewegen, zuhören, etwas denken oder wahrnehmen, Eindrücke aufnimmt. Bevor wir Natur und Funktion des Bewusstseins nicht durchschaut haben, können wir nicht weise leben. Wenn wir unsere Aufmerksamkeit von der Erfahrung auf den Raum des Bewusstseins lenken, in dem sie stattfindet, entsteht Weisheit. Die Fähigkeit zum Gewahrsein, das Bewusstsein zu beobachten, ohne sich in die Erfahrung verwickeln zu lassen, ist bemerkenswert und befreiend. Gewahrsein ist durch und durch nützlich, lehrte der Buddha. Die transformierende Kraft der Achtsamkeit, welche das Gewahrsein hervorbringt, ist die Grundlage der buddhistischen Psychologie. Alle, die sich selbst verstehen wollen, lehrt der Buddha, mit dem Geist den Geist zu beobachten. Das wichtigste Werkzeug, um das Bewusstsein zu untersuchen, ist unsere eigene Beobachtungsgabe. Mit Hilfe der Achtsamkeit lenken wir unsere Aufmerksamkeit auf das, was in uns vorgeht und untersuchen, wie unser Geist und unsere Erfahrungen arbeiten. Was wir normalerweise Geist nennen, gilt im Buddhismus als denkender Geist, die unerschöpfliche Quelle von Ideen, geistigen Bildern, Einschätzungen, Einfällen und Lösungswegen, die spontan unseren Geist speist. Wenn wir aber genauer hinsehen, erkennen wir, dass der Geist nicht nur seine Gedanken ist, nicht nur dieser ständig sich wandelnde Strom von Ideen und Bildern. Er umfasst auch eine ungeheure Bandbreite an Geisteszuständen oder Qualitäten, in welche der Denkprozess gleichsam eingebettet ist. Noch wichtiger ist die Qualität der Bewusstheit, obwohl sie uns gewöhnlich entgeht. Diese grundsätzliche Fähigkeit zum bewussten Dasein ist die Essenz des Geistes. Die eher materialistisch orientierte westliche Wissenschaft beschreibt das Bewusstsein und seine Inhalte als Produkte des Gehirns. So gelang es Wissenschaftlern tatsächlich zu zeigen, dass sich bei Stimulierung oder Verletzung einzelner Teile des Gehirns unsere Gestimmtheit oder der Inhalt unseres Bewusstseinsstroms entscheidend verändert. Doch diese Experimente zeigen nur einen Teil des Gesamtbildes. Was ist mit der Bewusstheit selbst? Ist sie einfach nur das entwicklungsgeschichtliche Produkt der Neuronen im Gehirn? Oder ist unser Nervensystem eher wie ein Fernseher mit DVD-Rekorde, ein Werkzeug also, mit dessen Hilfe Ereignisse empfangen, aufgezeichnet und wieder abgerufen werden, ohne die Quelle des Bewusstseins zu sein? Die buddhistische Psychologie geht davon aus, dass das Bewusstsein die Grundvoraussetzung für das Leben ist und dass der Körper mit dem Bewusstsein zwar interagiert, nicht jedoch seine Quelle ist. Wenn sie sich ruhig hinsetzen und ihrer Aufmerksamkeit dem Bewusstsein zuwenden, werden sie es schwer zu beschreiben oder auch nur zu greifen finden. Sie erkennen, dass es Bewusstheit gibt. Doch dieses hat keinen Ort und keine Farbe. Anfangs ist es frustrierend, wenn man versucht, den Finger draufzulegen. Doch diese sehr transparente, veränderliche, lebendige Qualität des Bewusstseins ist seine Natur. Ein bisschen wie die Luft um uns herum. Wenn sie sich entspannen und diese Erfahrung des offenen Bewusstseins Raum lassen, werden sie mit dem Bekanntschaft schließen, was buddhistische Texte den klaren, offenen Himmel des Gewahrseins nennen. Es ist leer wie der Raum. Doch anders als der Raum besitzt er die Qualität der Wahrnehmung. Er macht die Erfahrung. Seiner wahren Natur nach ist das Bewusstsein eben diese Qualität des Erfahrens. Klar, offen, wach, ohne Farbe oder Form, alle Dinge umfassend und doch nicht von ihnen begrenzt. Diese offene Qualität des Bewusstseins wird als unbegrenzt beschrieben. Wie am Himmel zeigen sich auch im Bewusstsein alle Arten von Wolken und Wetterphänomenen. Doch diese betreffen den Himmel als solchen ja nicht. Stürme kommen und gehen. Doch der Himmel bleibt offen, unbegrenzt und unberührt von allem, was sich in seiner Sphäre abspielt. Das Bewusstsein, darin dem Himmel ähnlich, wird von seiner Erfahrung nicht berührt. Gerne wird das Bewusstsein auch mit einem Spiegel verglichen. Ein Spiegel reflektiert alles und bleibt doch selbst hell und strahlend, unberührt von den Bildern, die er auffängt. Seien sie nun schön oder schrecklich. Eine kurze Meditationsübung zeigt Ihnen, was damit gemeint ist. Nachdem Sie die nächsten drei Sätze gehört haben, drücken Sie auf die Pausetaste und versuchen Sie einmal, das Bewusstsein anzuhalten. Nehmen Sie all die Geräusche, visuellen Eindrücke, Empfindungen oder Gedanken, die in diesem Moment auftreten, einmal nicht wahr. Versuchen Sie es. Sie werden augenblicklich feststellen, dass dies nicht möglich ist. Visuelle Eindrücke, Geräusche, Gefühle und Gedanken werden sich weiter im Bewusstsein zeigen. Öffnen Sie sich für die Erkenntnis, dass Sie der Bewusstheit nicht Einhalt gebieten können. Achten Sie darauf, wie das Bewusstsein der gesamten Bandbreite der Erfahrung Raum zur Verfügung stellt, ohne die eine auf Kosten der anderen zu bevorzugen. Dies ist die spiegelgleiche Natur des Bewusstseins, das strahlend, unbefleckt und friedvoll alles reflektiert. Doch die spiegel- bzw. himmelgleiche Natur des Bewusstseins stellt nur einen Aspekt dar. Aus buddhistischer Sicht hat das Bewusstsein zwei Dimensionen, wie das Licht. Licht kann sowohl als Welle als auch als Teilchen beschrieben werden. Das Bewusstsein lässt sich beschreiben als grenzenlose Welle, was seiner Himmelsnatur entspricht, hat aber auch Teilchenaspekte. In seinem raumgleichen Aspekt ist das Bewusstsein unwandelbar, wie der Himmel oder der Spiegel. In seinem Teilchenaspekt aber ist das Bewusstsein episodisch. Jeder Bewusstseinszustand entsteht zusammen mit dem Moment der Erfahrung und wird von dieser Erfahrung gefärbt. Mit intensivem Achtsamkeitstraining gelingt es den Praktizierenden, diese teilchenhafte Natur des Bewusstseins zu erfahren. Sie erkennen die Momente, wie sie entstehen und vergehen, als wären sie Seifenblasen oder Sandkörnchen, die vom Meer angeschwemmt werden. Wenn dieser flüchtige Aspekt des Bewusstseins mit einer Erfahrung verbunden ist, färbt diese Erfahrung ihn, ja sie trägt ihn. In einem buddhistischen Text wird die teilchengleiche Dimension des Bewusstseins in Form von 121 verschiedenen Geschmacksrichtungen oder Zuständen beschrieben. Es gibt freudvolle Bewusstseinszustände, angstvolle, weite und enge, von Liebe und Bedauern bestimmte. Diese Zustände stellen sich ein als Folge von Geschichten, die wir uns erzählen, von Gefühlen, Wahrnehmungen. Sie stecken voller fester Überzeugungen und Vorsätze. Zen-Meister Thich Nhat Hanh beschreibt das so. Der Geist ist wie ein Fernseher mit hunderten von Kanälen. Welchen Kanal schalten Sie ein? Normalerweise aber sind wir von dem Drama, das sich gerade abspielt, so gefesselt, dass wir nicht einmal merken, dass wir umschalten können, nicht merken, dass das Bewusstsein nur Empfangsstation ist. Achtsamkeit hilft uns zu erkennen, welchen Kanal wir eingestellt haben. Wir lernen umzuschalten, das Programm zu wechseln, indem wir erkennen, dass alle Geisteszustände nur Erscheinungen im Bewusstsein sind. Und was am wichtigsten ist, wir lernen, die grundlegende Natur des Bewusstseins zu begreifen. In seinem raumgleichen Aspekt ist Bewusstsein offen. Transparent, zeitlos, bewusst, rein, wellengleich und unbegrenzt, ungeboren, nicht durch den Tod endend. In seinem teilchengleichen Aspekt ist Bewusstsein episodisch, unpersönlich, registriert die aktuelle Sinneserfahrung, ist von der aktuellen Erfahrung gefärbt, augenblicksgebunden, flüchtig. Lassen Sie mich den raumgleichen Aspekt des Bewusstseins näher betrachten. Als ich am College Buddhismusstudien betrieb, versuchte ich mich auch in der Meditation. Allerdings erfolglos, weil ich einfach nicht wusste, was ich tat. Nicht, dass ich etwa Angst vor der Stille oder vor finsteren Abgründen gehabt hätte, die sich in meinem Innern vielleicht auftun könnten, obwohl diese Befürchtungen in Bezug auf Meditation häufig auftritten. Körperlich aber fühlte ich mich schnell unwohl und mein Geist schien in tausend verschiedene Richtungen davon eilen zu wollen. Als ich später Unterweisungen von Achan Cha erhielt, wurde immer klarer, worum es in der Meditation geht. Er lehrte mich, mich zu entspannen und genau auf meinen Atem zu achten, was mir erlaubte, meinen Geist zu beruhigen und gleichsam scharf zu stellen. Dann lehrte er mich, dem Strom der Gedanken und Empfindungen zu folgen, ohne darauf zu reagieren. Dazu brauchte ich einige Zeit. Schließlich lehrte er mich, das Allerwichtigste, nämlich im Bewusstsein selbst zu ruhen oder wie Achan Scha's Lehrer Achan Moon es ausdrückte. Wir können den Unterschied zwischen dem Bewusstsein und den flüchtigen Zuständen und Erfahrungen, die darin aufscheinen und wieder erlöschen, wahrnehmen. Solange wir dies nicht verstanden haben, nehmen wir jeden der vorübergehenden Zustände für Wirklichkeit. Wenn wir allerdings unbeständige Situationen wie Glück oder Unglück als das sehen können, was sie sind, dann finden wir den Weg zum Frieden. Wenn du im Gewahrsein ruhen kannst, im reinen Bewusstsein, gibt es nicht mehr viel zu tun. Diese Fragen zwingen uns, einen direkten Blick in das Bewusstsein zu tun, das unserem Körper inne wohnt. Achan Scha bat uns stets, der Erkennende zu sein. Tibetische Lehrer stellen ihren Schülern die Aufgabe, den Blick nach innen zu richten, um herauszufinden, wer sieht. Achan Jumnyan, ein Meister aus einem der thailändischen Waldklöster, bittet seine Schüler, all ihre Erfahrungen mit dem dritten Auge in der Mitte der Stirn zu beobachten. Jede dieser Übungen hat zum Ziel, unsere Aufmerksamkeit auf das Bewusstsein zu richten, bis wir darin verweilen können. Normalerweise leben wir, als säßen wir in einem Kino und sollen vollkommen in den Film eingetaucht, der gerade auf der Leinwand läuft. Abenteuer oder Liebesgeschichte, Drama, Komödie, Tragödie und natürlich sind wir die Hauptdarsteller. Dann sagt uns jemand, wir sollen doch den Blick, auf die der Leinwand, gegenüberliegende Wand richten, um herauszufinden, woher das Licht kommt. Wir drehen den Kopf und zum ersten Mal entdecken wir, dass das ganze Drama aus einer Serie von Bildern besteht, die durch einen Lichtstrahl auf die Leinwand projiziert werden. Das Licht, klar und strahlend, wird von den Bildern eingefärbt, doch seine wahre Natur ist rein und unwandelbar. Mitunter gibt es Lücken in der Handlung. Das Tempo des Films wird ein bisschen langsamer, vielleicht ist uns sogar langweilig. Wir zappeln in unseren Sitzen herum, merken, dass die Leute um uns herum Popcorn futtern. Wir erinnern uns, dass wir in einem Film sitzen. So ähnlich ist es, wenn wir die Lücken in unserem Gedankenstrom entdecken, in unserem Selbstgefühl. Statt uns in Ideen und Gedanken zu verlieren, die unser persönliches Drama bilden, spüren wir plötzlich den Raum rund um unsere Erfahrung. Wir lassen los und entspannen uns. Diese Lücken, so meint der Meditationsmeister Tygiam Trungpa, sind wirklich erfreulich. Sie erinnern uns daran, dass wir im Bewusstsein verweilen können, dass wir immer die Möglichkeit zur Freiheit besitzen. Jeder dieser Augenblicke schenkt uns den Geschmack der Freiheit. Wenn wir anfangen nachzuforschen, wer denn eigentlich unsere Erfahrungen macht, kommt Verwirrung auf. Wie beim Fisch, der plötzlich des Wassers gewahr wird, indem er schwimmt. Wir entdecken, dass da nichts Festes ist, wo wir es vermuteten. Es gibt keine feste Instanz, die wahrnimmt. Im Grunde ist dies eine wunderbare Entdeckung. Das Gewahrsein hat keine Form oder Farbe. Es ist jenseits von Präsenz oder Abwesenheit, kommen oder gehen. Stattdessen ist er nur der klare Raum des Erfahrens, des Bewusstseins, der leer ist und doch bewusst. Sie hören meine Worte. Ihr Bewusstsein nimmt die Worte wahr. Es denkt über die Natur des Bewusstseins nach. Halten Sie einen Moment inne und fragen Sie sich, wer hört? Vielleicht antworten Sie ja zunächst einmal, ich weiß es nicht. Ich finde da nichts. Es ist einfach nur leer. Bleiben Sie bei dieser Erfahrung, dieser leeren Offenheit. Lernen Sie, ihr zu vertrauen. Sie ist Bewusstsein ohne Grenzen, in dem sich alles Geschehen spiegelt und das doch von allem unberührt bleibt. Wenn Sie sich diese Frage regelmäßig stellen, entwickeln Sie allmählich die Fähigkeit zwischen den Geschehnissen und Erfahrungen des Lebens und dem Bewusstsein, das diese Erfahrungen macht, zu unterscheiden. Sie lernen, im Bewusstsein zu verweilen, unberührt, sodass Sie sich in jeder beliebigen Situation zurücklehnen können, selbst wenn diese schwierig oder verwirrend ist. Dieses Ruhen und sich zurücklehnen ist von dem in gewisser Weise krankhaften sich isolieren, das ich in meiner Kindheit kennengelernt habe, sehr verschieden. Damals splittete ich aus Angst meine Erfahrung auf. Ich schützte mich selbst, indem ich die Rolle des ungerührten Zeugen einnahm. Wenn wir jedoch im Gewahrsein ruhen, dann ist unsere Erfahrung weit wie der Raum und wir sind doch ganz nah am Geschehen, ohne unsere Schutzwelle hochzufahren. Damit entsteht auch Mitgefühl. Wir spüren die natürliche Verbundenheit unseres Herzens mit dem Leben. Maria, die seit Jahren meditiert, arbeitet als Krankenschwester in der Notfallstation des örtlichen Krankenhauses. Sie beschreibt, wie ihr die Kunst des Verweilens im Gewahrsein hilft. Manchmal ist nicht allzu viel los. Dann erledige ich die Arbeit fast automatisch, ich sehe nach einem Patienten oder erledige den Papierkram, während mein Geist abschweift und sich in tausenden und abertausenden verschiedenen Gedanken ergeht. Dann plötzlich kommen wieder viele Patienten auf einmal herein, Unfälle, Herzinfarkte, Asthma-Notfälle. Dann erledige ich, was ich zu tun habe, aber ich stehe irgendwie auch mit dem Ganzen in Verbindung. Ich habe gelernt, das Gewahrsein so weit zu öffnen, so, als würde mein Geist plötzlich raumgleich und still. Ich bin präsent, weiß, was gebraucht wird und bin doch auch für mich. Ich denke, das ist wie der Flow, von dem die Sportler immer berichten. Ich bin mittendrin, tue alles, was nötig ist und doch ist ein Teil von mir sozusagen in aller Stille auf Beobachtungsposten. In letzter Zeit passiert mir das immer öfter, nicht nur bei der Arbeit. Wenn ich meine Meditationspraxis durchführe, wird das Gefühl stärker. So hatte ich jüngst einen fürchterlichen Streit mit meinem Sohn, bei dem ich zwischendrin auf einmal gespürt habe, wie angespannt mein Körper war, weil ich felsenfest überzeugt war, Recht zu haben. Allein dieses Gefühl hat mir geholfen, mich zu entspannen. Plötzlich öffnete sich alles. Ich blieb bei meinem Nein, aber ich spürte die Liebe, die unserem ganzen Streit zugrunde lag. Ich sah, dass wir nur Rollen spielten, dass wir diese auch ausfüllen, aber dahinter war alles offen und weit. Alles in Ordnung. Wenn wir lernen, im Gewahrsein zu verweilen, ist da beides, Fürsorge und Stille. Wir achten darauf, was als nächstes zu tun ist und sind gewahr, was alles geschieht. Ein weiter Raum und das Gefühl der Liebe, das uns mit allem verbindet. Wenn genug Raum da ist, kann unser ganzes Sein die Situation annehmen und gleichzeitig mit ihr im Reinen sein. Wir sehen den Tanz des Lebens. Wir tanzen ihn ganz wunderbar, doch wir verfangen uns nicht darin. Wir können uns in jeder Situation öffnen, entspannen und zu der raumgleichen Natur des Bewusstseins zurückkehren. Setzen Sie sich bequem hin. Schließen Sie die Augen. Lassen Sie Ihren Körper zur Ruhe kommen. Ihr Atem fließt ganz natürlich. Lauschen Sie dem Spiel der Geräusche um Sie herum. Achten Sie darauf, ob Sie laut oder leise, weit entfernt oder nahe sind. Machen Sie sich bewusst, wie Geräusche entstehen und vergehen. Sie hinterlassen keine Spur. Nachdem Sie ein paar Minuten zugehört haben, stellen Sie sich vor, dass Ihr Geist nicht nur in Ihrem Kopf ist. Fühlen Sie diese Tatsache. Spüren Sie, wie er sich ausdehnt wie der weite Himmel. Er ist klar und weit wie der Raum. Spüren Sie, wie Ihr Geist sich noch über die am weitesten entfernt ertönenden Geräusche hinaus erstreckt. Stellen Sie sich vor, dass Ihr Geist keine Grenzen kennt, weder innen noch außen. Lassen Sie das Gewahrsein Ihres Geistes sich in alle Richtungen ausbreiten, wie den weiten Himmel. Entspannen Sie sich in diese Offenheit hinein und lauschen Sie einfach. Nun ist jedes Geräusch, das Sie vernehmen, Menschen, Autos, Wind oder leises rauschen, wie eine Wolke am Himmel. Es entsteht und löst sich wieder auf. Lassen Sie die Geräusche kommen und gehen, ob sie nun laut oder leise sind, aus der Nähe oder der Ferne kommen. Lassen Sie sie als Wolken am Himmel Ihres Gewahrseins aufscheinen und vergehen, ohne jeden Widerstand. Nach einer gewissen Zeit können Sie, wenn Sie in diesem offenen Gewahrsein ruhen, auch Gedanken und Gefühle wahrnehmen, die sich im offenen Raum des Geistes bemerkbar machen. Lassen Sie auch diese ohne Widerstand entstehen und vergehen, angenehme und unangenehme Gedanken, Bilder, Worte, Freude und Leid. Lassen Sie alles kommen und gehen wie Wolken vor dem klaren Himmel des Geistes. Dann richten Sie Ihre Aufmerksamkeit darauf, wie im Raum gleichen Gewahrsein die Erfahrung des Körpers aufscheint. Der Geist ist nicht im Körper. Körperliche Empfindungen entstehen und vergehen vor dem offenen Raum des Geistes. Der Atem atmet sich selbst. Er bewegt sich wie der Wind. Wenn Sie genau beobachten, werden Sie feststellen, dass auch der Körper nichts Festes ist. Er macht sich bemerkbar als Weichheit oder Angespanntheit, als Druck oder Kribbeln, als Gefühl der Kälte oder Wärme oder Wärme. All das zieht über den weiten Raum des Gewahrseins hinweg. Entspannen Sie sich. Ruhen Sie in dieser Offenheit. Lassen Sie die Empfindungen fließen und ihre Gestalt ändern. Gedanken und Bilder, Gefühle und Geräusche kommen und gehen wie die Wolken am Himmel des klaren, offenen Raums des Gewahrseins. Nun achten Sie auf das Bewusstsein selbst, wie natürlich klar, transparent, zeitlos und konfliktfrei der offene Raum des Gewahrseins ist. Er lässt alles zu, ohne sich davon begrenzen zu lassen. Dies ist Ihre wahre Natur. Verweilen Sie in ihr, vertrauen sie ihr. Dort sind sie zu Hause. Vertraue Sie sch sind in ihr. Sch sie 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 in ihr. Sie sind sie 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 Untertitelung des ZDF, 2020